und am Semikolon endlich und privat mit Freunden schauen. Zusammen mitfiebern, jubeln und seinen Frust ausleben, das geht bei der Weltmeisterschaft 2018 am besten mit anderen Fans gemeinsam beim Public Viewing. Wie sie ihren besten Platz finden und worauf es bei der Public Viewing Location ankommt, haben wir für sie zusammengefasst. Public Viewing, also öffentlich ansehen, bedeutet, die Weltmeisterschaft zusammen mit Freunden, Bekannten, aber auch Unbekannten an einem öffentlichen Platz zu verfolgen. Damit sie auch dort möglichst viel Spaß haben, sollten sie auf diese Dinge bei ihrer Auswahl achten. Die bekanntesten Public Viewing-Orte für die letzten auszutragenden Spiele der WM sind unter anderem, Anmerkung der Redaktion, gerne können sie unseren Lesern in den Kommentaren Tipps geben, wo in ihrer Stadt Public Viewing am besten möglich ist. Wem das zu viele Menschen sind oder es zu weit weg ist, der kann sicherlich auf die Stammba um die Ecke ausweichen. Public Viewing findet nicht nur mit großen Menschenmassen statt. Auch kleinere Veranstaltungen werden in jeder kleineren und größeren Stadt angeboten. Doch was ist bei der Auswahl der geeigneten Location zu beachten? Das wichtigste Auswahlkriterium ist sicherlich der optimale Platz. Können sie das Spiel gut auf dem Bildschirm oder der Leinwand verfolgen? Haben sie ausreichend Platz zum Jubeln? Können sie als Gruppe zusammensitzen? Dann steht dem gemeinsamen Verfolgen des Spiels nichts im Weg. Um sich die besten Plätze fürs Public Viewing zu sichern, seien sie am besten rechtzeitig am Vorführort. Kalkulieren sie auch eine mögliche Taschenkontrolle sowie eine etwas längere Parkplatzsuche mit ein. Letzteres können sie vermeiden, indem sie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Auch wenn bei spannenden Spielphasen das eigene Wohl vergessen wird, sollten sie bei der Auswahl des Ortes auch an ihr leibliches Wohl denken. Hierzu gehören neben einer ausreichenden Anzahl an Getränken auch Essen, schattige Plätze sowie Toiletten. Werden weder Getränke noch Snacks angeboten, erkunden sie sich am besten vorab, ob sie selbst etwas mitbringen dürfen. Egal ob Sieg oder Niederlage, die Weltmeisterschaft weckt immer Emotionen, egal, wie das Spiel ausgeht. Achten sie trotz Freudentummel oder großem Frust auf ihr Verhalten. Achtung zur WM wurden die Lärmschutzregeln gelockert. Sie darf bis zum Finale ausnahmsweise auch noch nach 22 Uhr noch gejubelt werden. Wenn Sie selbst ein Public Viewing veranstalten möchten, ist das auch problemlos möglich. Wählen Sie hierzu einen geeigneten Ort aus. Er muss genug Platz sowie auch ausreichend Schatten und Schutz bieten. Das Verfolgen der Spiele sollte auch bei Regen möglich sein. Auch Nachbarn sollten nicht zu sehr gestört werden. Denn auch während der Fußball-Weltmeisterschaft gilt die Lärmschutzverordnung, wenn auch etwas entschärft. Ab 22 Uhr sollten Sie daher etwas ruhiger werden. An technischer Ausstattung benötigen Sie unter anderem einen geeigneten Beamer und eine gute Leinwand. Alternativ reicht auch ein sehr großer Fernseher. Die Leinwand oder der Fernseher sollten so aufgestellt werden, dass die Abendsonne die Sicht nicht trübt. Denken Sie auch daran, dass womöglich zusätzliche GEMA-Gebühren anfallen, wenn Sie die Übertragung zeigen. Die GEMA hat für die WM Sondertarife eingerichtet. Achtung Sie dürfen Ihre Public Viewing Veranstaltung nicht bewerben. Andernfalls müssen Sie Lizenzgeboren zahlen. Das ist auch der Fall, wenn Doppelpunkt die Besucherzahl sehr hoch ist, über 5000 minus Sie Eintritt verlangen Sie geschäftliche Vorteile durch die Veranstaltung. Erzielen Sie Sponsoring-Rechte nutzen bei einer privaten Übertragung im kleinen Kreis sollten Sie keine Probleme haben. Sorgen Sie auch für ausreichend Getränke, Snacks und Toiletten. Vor allem in der Halbzeit wird der Ansturm darauf besonders groß sein. Etwas Dekoration und Fahneartikel können zusätzlich zur Stimmung beitragen. Kommt bei einem Spiel nicht die erwartete Spannung auf, kann ein Bullshit-Bingo dafür sorgen, dass die Stimmung nicht kippt und sich Ihre Gäste nicht zu sehr langweilen. Ein Bingo speziell für die WM 2018 haben wir Ihnen hier kostenlos zum Herunterladen bereitgestellt. Unser Tipp damit die Stimmung während der Halbzeitpause nicht kippt, können Sie beispielsweise eine Torwand in Ihrem Garten oder einen Tischkicker aufstellen. A. E. F. J. K. P.